Ja, da sind wir wieder, Remastered ist zurück, mit Day of the Tentacle, Remastered, und mit Jakob und Fabian, unser Ogi, der im Hintergrund schon mächtig Gase entwickelt. Oh ja, bei dem Magen, der ist ordentlich viel. Wollen wir mal gucken, dass er jetzt seine Superbatteriepläne auch mal an Red Edison, den Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater von Dr. Fred, übergeben können. Genau, bevor er sich noch übergibt, so wie das da gerade aussah. Oh, ja. Oh, da hast du dieses richtig schön animierte Blatt gerade gesehen. Oh, ein Traum. Den Wagen hat auf jeden Fall auch der Franklin erfunden, da bin ich mir sicher. Gucken wir ihn uns doch mal an. It's totally covered with crud. Totally covered. Making it dirtier won't help. Okay. Ja, schön. Ein Briefkasten, vielleicht ist ein Poster. It's closed. Oh, okay, nächstes Mal denke ich dran, ihn gleich zu öffnen. What? Oh, The Pony Express. What? Ziemlich Express, ja. Ja. Okay, interessant. Gut, dann schauen wir doch mal rein. Ja, dann. Ich schlage vor, wir gehen mal rein. Ja. Ja, geh ruhig durch. Auch das er speichert. Ah, ja. Speichert eben. Genau. Ja, also. Sehr interessant. Das kann man immer mal zwischendurch einstellen. Ach, die Tür ist gar nicht offen. Ah. So. Das erklärt einiges. Ja, Adventures. Oh. Also, abgesehen von der Mumie, die relativ offensichtlich da steht, erkennt man's wieder, oder? Ja, man erkennt's wieder, will ich auch sagen. Die Uhr ist natürlich am Start. Ob die hier auch schon zu öffnen ist? Das Bild fehlt natürlich, ne? Das von Reagan, ja. Ja. Dafür ist ja eine andere Mumie da. Okay. Äh. Reden. What's up? Don't feel like talking, huh? That was silence or something, probably right. Äh, ja. Es wird ein Schweigegebte sein. Okay. Oh, man kann tatsächlich was auswählen. I had something for Red Edison. Toller Hut fände ich aber auch nicht schlecht. Äh. You wouldn't be him, would you? Great hat, man. Ja. Oh. Ja, komm. I dig the three corner idea. Haha. Da war die deutsche Übersetzung tatsächlich immer ziemlich gut. Oh, ja. Äh. Bla bla bla. Later, dude. Das sieht sehr piratig aus, aber auch gar nicht so dumm. Ja, äh. Ich weiß nicht, ob man das Bild hinter ihm vielleicht irgendwie inspizieren sollte. Ne, okay. Vielleicht nochmal die Uhr halt, ne? Die Uhr war's ja auch, äh, 200 Jahre später. Mhm. Gucken wir uns doch mal. Ob er da durchkommt, ist natürlich auch die Frage, ne? Er will sich nicht nur den Kopf stoßen. Ich denke, er conceals die Entrance zu einem secreten Lab. Ja. Das könnte sein, ne? Rein zufällig. Oh. Schauen wir uns das doch mal an. Oh. Oh. Maurer Dekolleté. Oh, ja. Aber sowas von. Ja, das sieht doch schon ziemlich nach Brad Edison aus hier. Ja. Würde ich auch sagen. Oh, er hat doch einfach du's und hat wenig Wissen nicht mehr zu tun. Ah, okay. Okay. Ja, dann wollen wir nochmal. Hey. Hey. What is it? Du kommst mir bekannt vor. Was machst du da? Ich latsche mal ein bisschen rum. Was machst du da? What are you doing? I'm inventing you, Simpleton. What's it look like I'm doing? Simpleton. Ich kenne jemanden. I know an inventor who looks a bit like you. Well, it's not one of my sons, that's for sure. It appears that I, Red Edison, foremost genius of my day, am to be the last in a long line of gifted inventors. My nearly indistinguishable sons have decided that they want to be artists. I think it was Jed's idea. Or is it Ned? Ah, well, the left-handed one at any rate. Must be some sort of bad blood on their mother's side. Of course it was the mother. What are you inventing? It's a piece of paper that will stick to things by itself. Rather ingenious if I must say so myself. Yeah, if it was just something. Oh, yeah. What are you inventing? It's a piece of paper that will stick to things by itself. Rather ingenious if I must say so myself. No. Well, see you later. You might if you cut that hair a bit shorter. Oh. Okay. So. Gucken wir mal, ob wir die benutzen. Yeah. Ah. Hm. Super battery, eh? Brilliant design. Sometimes I amaze myself. Now all I need is oil, vinegar and some gold. Okay. Äh. Ja, dann wollen wir dem, wie man das doch mal besorgen. Das ist doch ein interessantes Rezept. Ja. Äh, ja. Dann gucken wir mal hier. Es ist Gold. Plans and Junk. So wie meine Salatmarinaden. Dann. Äh. Machst du denn Salat mit Gold an? Das finde ich sehr eindrucksvoll. Ja. Mit Goldwasser, ja. Für einen gewissen Pfiff. Hm. Okay. Vielleicht können wir ja nach oben. Oder durch die Tür. Ich weiß nicht. Ich hätte irgendwie erstmal die... Ja, okay. Stimmt. Hinter Türen muss man immer gucken, ne? Und sie ist manchmal verschlossen. Und ihr passt auch durch. Ah, sehr schön. Ah, okay. Sehr schön. Kamin. Rauchdetektor. Schwingtür. Oh, was auch immer er gegessen hat. Radieschen oder so. Oh, ja. Einen ganzen Sack voll. Ja, das sind doch schon mal... Das sind doch schon mal die Gründungsväter hier. Oh, ja. Der eine fröhlicher als der andere. Und George Washington. Zigarre rauchen. Sehr schön. Fangen wir doch mit John Hancock an. Yo. Hello. So spricht man ihn an. Ja. Hast du einen Schluck auf? Oder ist ihm kalt? Ich weiß nicht. Es sah eher so aus, als wäre ihm kalt. Das stimmt. Deswegen... What's up? You cold? Cold? I'm freezing. Ja, genau. Dann... Why don't you build a fire? Well, I keep asking Jefferson to build a fire, but he won't. He says he needs the log for posterity and won't part with it. Das geht bestimmt auf irgendeine Legende zurück, die ich jetzt gerade nicht kenne. Tippe ich auch, ja. Ich hab mich auch schon gefragt, was da der Grund sein könnte. Ah. Äh... Ist das vielleicht ein Holzblock, den... Was? Wungen an den Kindern? Ja, die nagen dann an den Spänen. Wachtungssymbol oder so etwas, ja. Wahrscheinlich ist das die Legende, auf die das zurückgeht oder so. Ja. You mean, it's like a symbol of growth or something? I don't get any respect around here. Why? I bet if, George, I spent the winter in Valley Forge, Washington was cold, we'd get some heat in here. Ähm... Oh man, das ist jetzt so groß. Das sind noch die Jungs hier drin, das ist echt gut. What are you guys doing in here? We're writing a... A... Writing the... We're drafting a constitution for the United States. Don't say draft, you'll only make me colder. Wimp. Wimp. Äh... Why don't you have some hot coffee? Schöner schwarzer. Heißer. Heiß und lecker. I can't drink coffee. It makes me irritable and want to bang my head against the walls. Okay. Ja. Du sagst, das ist jetzt was Schlimmes. Sehr schön. Okay. Ja. You say that as though it was a bad thing. Do you have any idea how much it costs to fix a wall these days? It's a racket. Okay. Äh, so die Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen. Warum unterschreibst du so groß? Tolle Decke, Mark. Ah, warum unterschreibst du so groß? Schätzungsweise ist seine Unterschrift in Offer-Verfassung sehr groß. Ich tippe es auch, ja. Wahrscheinlich, ja. Shouldn't you guys be working instead of just sitting there? Writers block. We can't think of any amendments or anything. So we put a suggestion box over there. I don't suppose you have any brilliant ideas. Äh... Kratis Butterbrote für Roadies. Oder keine Musik in Aufzicht. Das wäre schon mal ein echter Horrottritt. Ja, ja, aber... Wäre es mit rechter freier Meinungsäußerung. Wäre jetzt vielleicht aktuell, aber die Musik ist auch echt scheiße. Hm, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Achso, ihr merkt übrigens, ich führe die Maus. Ähm... Ja, ja. Genau. Äh... Bist du für was Konstruktives oder schwer? Ich bin unterschiedlich. Ich werde erst die Musik ausprobieren und hoffe, das andere bleibt noch stehen, aber... Okay, gucken wir mal. Keine Musik in Elevatorn. Keine Musik in was? Keine Musik in was? In was? Na gut. Toll. Äh, ja. Dann können wir ihm... How come you signed your name so big? A... Stigmatism. Okay. Du meinst das in Kindheit's complex. You mean you have like... A childhood complex? All right. The truth is that a friend once told me that women go crazy over guys with a big signature. Mit einem großen Handkopf. Wunderbarer Blanket da, Junge. Danke, es wurde mir von meiner lieben, colorblind-Aunt Hattie gegeben. Na, ich muss gehen, Junge. Okay, ich glaube, mit der Vorschlagsbox war jetzt auch nicht so richtig. Nee, ich glaube auch nicht, dass wir da was reinwerfen können, momentan zumindest. Dann gucken wir doch mal, was Jefferson uns zu sagen hat. Hey, tall, dark and spiffy, mein Name ist Hogi. Well, how quaint. I am, of course, Thomas Jefferson, noted scholar, musician, horseman, student of the sciences, member of the bar. Oh, sure, I've heard of you, dude. Was ist denn da drin, Tommy? Entweder die Verfassung, oder könntest du wieder in Feuer machen? Ich weiß ja nicht. Ja. Could you start a fire, please? I'd love to oblige you, young man, but I can't. This is the only log, and I'm saving it for posterity. Was ist denn da drin, warum? Ich weiß auch nicht. Warum gab es keine Bäume da draußen? How can you let Hancock suffer like that? A real man is warmed by the fires of his spirit. You should listen to Washington relate his experiences at Valley Forge and take heed. Has anyone ever told you you're a very snappy dresser? Why, yes. I studied at Virginia Coat and Technical, where I majored in collar theory. I was captain of the varsity cravat team. Oh, so ein Streber. Oh, ja. Those are impressive credentials, Tom. Thomas. Ah, schön. Thomas. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Wollen wir jetzt endlich mal zur Verfassung kommen? Ja, das ist so ein wenig voller Frage. Können wir jetzt einen Vorschlag machen? Nee. Nee, ich denke, wir kommen bei dem Monifant. Thomas. Thomas. Ein Chubby Friend. 400 Jahre? Das könnte passen, ne? Ja, ja, ja. Ja, wir haben doch 400 Jahre später irgendwen schon am Start. Da haben wir wen am Start, ja. So, how's the time capsule going? I'm sorry to say that except for my log, we haven't got anything. Ich glaube, da können wir bestimmt irgendwie benötig sein. Ja, vermutlich können wir irgendwas rüber schicken, quasi, ne? Ah, thank you. What was your favorite part? Klerus. Ich weiß nie, ob das da drin ist. Ich mach die F. Die F aussehen. Wir sind das Volkteil. We the people. Das hier wäre wieder das Konstruktive. Ja, können wir ja. Das hier wäre das Offensichtliche, ja. Ich mag die We the people-part. Das ist nicht in der Deklaration des... Say, das ist nicht schlecht. Vielleicht können wir es nutzen. Ah. Well, später, dude. What? What's going to happen later? Wahnsinn. Okay. Ja, wollen wir den dritten auch noch zur Sprache kommen lassen, oder? Ja, das können wir mal. Oder wir nehmen den Entwurf mit. Vielleicht können wir uns den Entwurf aneignen. Wir können ihn uns jetzt erstmal angucken. They don't seem to have gotten too far. You can look, but don't touch. Okay. Die Feder? Können wir die Feder benutzen? Hey, keep your hands off that. Okay, benutzen wir mal auf die Verfassung, ne? Hey, keep your hands off that. Ach, komm. Okay. Thomas. Hmm. Hmm. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Genau. Dann darf ich gleich schätzungsweise einen Break machen. It's a little cage with a canary in it. Perched above a little lever. Huh. Dann sollten wir gleich den Hebel betiligen. Schätzungsweise einen Rauchmelder. Ja. Ja, das ist ein Rauchdetektor. Ja. Da gibt es keinen Hebel. Ähm. Oh, gut, das direkt über dem Kamin aufzuhängen. Aber ja, gut. Ja. Ja, du verstehst schon, dass der Kamin jetzt dann nach oben durchgeht und der Rauch im Prinzip also nicht ins Zimmer kommen sollte. Ja, gut. Ja, klar. Für den Fall, dass jetzt der Kamin oben verstopft ist, da meinetwegen ein Storchenpaar mistet oder sowas. Das Gängige halt. Ich, pass auf, dicker Teaser, ich erzähle in der nächsten Folge von Vogel im Nest bei uns im Kamin. Okay, das will ich unbedingt wissen und ihr wollt es auch unbedingt wissen. Das kann sich niemand entgehen lassen. Also. Das war's mit Folge 3. Ja. Freut euch auf einen dicken Vogel im Nest. Ja. Bis dahin. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.